Momentaufnahme nehmen und genießen. Und dann wollen Sie zum Nachbericht zu unserem 5 zu 1 Auftragssieg gegen Kreuter Fürth. Hier erstmal nach dem Verarbeiten von diesem kranken Stadion-Flog. Unfassbar ist da für Aufrufe, für Feedback, alles was da abgerissen wurde. Unfassbar. Vielen Dank da nochmal. Wir gehen die Highlights durch. 30. 1.0 Endo. 6 Minuten später ist 12.0 durch Klement. In der 55. das 13.0 von Kempf. 61. 4.0 Hamadi Al-Ghadoui. 76. 5.0 Kempf. Und dann auch 90. plus 3. Ergebniskosmetik. 5 zu 1 durch Leveling. Also zum Saisonbeginn ein unfassbares Spiel. Saisonauftakt 5 zu 1 vor knapp 18.000. Ein bisschen mehr. Zuschauer-Schalftipp war, wie es öfter wahrscheinlich jetzt sein wird, wie immer eine 10 von 11. Also 1 auf falsch. Klement war nicht drin, sondern Klement wird schon beginnen. Aber Klement kam ja nach Einwechslung, weil eben Karasor nach neun Minuten runter musste wegen muskulären Problemen. Davor hat man noch ein Abseits-Tor von Klimovic in der sechsten Minute. Fürth in den Abschluss in der zehnten Minute noch gehabt. Al-Ghadoui mit einer Chance in der sechzehnten. Und dann ging es wirklich los, dass wir überlegen waren. Der Start war Fürth schon wirklich gut mit dabei. Das 1 zu 0 fällt dann durch Vorlage von Förster auf Endo, der innen reinlupft. Danach noch Chancen von Kimovic und von Al-Ghadoui. 2 zu 0 fällt dann eben in der sechsten 30. Traumhaft dabei beim Außenriss von Kimovic auf Klement, der dann auch aus dem Winkel eiskalt die lange Ecke reinmacht. Damit auch Halbzeit zufrieden. Geiles Wetter, geile Stimmung. Einfach traumhaft. Direkt die Fürth-Chance nach der Halbzeit. Dann kam aber schon die Vorentscheidung. 13 zu 0 Kämpf. Ecke kurz ausgeführt. Sosa mit der Vorlage. Fürth wechselt dann doppelt. Und 2 Minuten nach diesem Wechsel kommt dann das 4 zu 0. Sosa auf Al-Ghadoui, wie schon im Pokal gesehen. Sein erstes Bundesliga-Tor für ihn in seiner Karriere. Sehr, sehr geil. Freut mich sehr. Es lief eigentlich wirklich einfach alles. Und dann kommt der Dämpfer des Nachmittags. Sanko kommt und läuft nach einer Minute, wahrscheinlich sogar weniger als einer Minute, bekommt er den Ball. Läuft durch einen Megasprint am Vierter vorbei und läuft eben allein aufs Tor zu. Man hat gesehen, man hat gemerkt, der spürt das Publikum, wenn es mitgeht. Er sieht es. Ich bin seit 3 Sekunden auf dem Platz gefühlt. Und läuft aufs 5 zu 0 zu. Er geht nur aufs Tor, stoppt nicht ab, überhaupt nicht und crasht halt komplett in den Keeper rein. Diagnose ist jetzt eine schwere Knieverletzung unter Beteiligung des Kapsel- und Bandapparats. Er wird operiert und fällt 6 Monate plus x aus. Was natürlich unsagbar bitter ist. Auch hier an der Stelle gute Bestenung an ihn. Auch auf Social Media hat er sehr viel Liebe bekommen. Sehr schön. Unser VfB-Fanbase ist da sowieso immer sehr, sehr stark dabei. Bei 15 Minuten vor Schluss, dann ist es 5 zu 0 wieder. Vorlage Sosa-Kämpf macht seinen Doppelpack nach Ecke. Fürth, wie gesagt, Ergebniskosmetik in der 3. und 6. mit dem 5 zu 1. Aber auch ganz schön rausgespielt eigentlich. Damit tatsächlich Tabellenführer. Nach dem ersten Spieltag. Das erstmalig seit dem 13-0 gegen Schalke 2011-2012 zum Auftakt. Und das war ja auch das gleiche Spiel. Quasi das letzte, erste Spiel, was wir gewonnen haben in der Liga. Eben bis zum Fürth-Spiel. Aber natürlich auch, um das ein bisschen runterzudämpfen. Macht ja auch der VfB im Umfeld und im Trainerstab und so weiter. Alles wieder sehr solide runter. Nichts überbewerten. Das war einfach der Sessonstart. Und Fürth ist jetzt auch, ja, ohne Disrespect, jetzt nicht der Klub, wo man jetzt irgendwie abgehen müsste. Es ist sehr untypisch, dass wir gegen Fürth oder gegen solche Kaliber an Klubs solche Spiele abliefern. Normalerweise wäre das so ein Spiel, wie gesagt, wird ein ekliges Spiel. Normalerweise spielst du so ein Spiel gefühlt 1-1-0-0 oder so. Und brillierst nicht unbedingt in solchen, ja, ekligen Duellen, sage ich jetzt mal. Jetzt aber trotzdem das, was wirklich zu Buche steht am Ende. Wir haben das erste 6-Punkte-Spiel der Saison gewonnen. Einen geilen Saisonauftakt gefeiert. Damit kommen wir auch zur Tabelle. Wie gesagt, eine Momentaufnahme zum Einrahmen. Tabellenführer. Für Fürth steht gerade auf Platz 17. Und da hat sich jetzt der gute Godzilla 0815 auf Twitter die Zeit genommen und ein bisschen analysiert. Also 77,5% der Tabellenführer wurden am Ende der Saison mindestens 8er. Vier sind abgestiegen. Und noch nie ist jemand auf Platz 12 oder Platz 17 gelandet am Ende der Saison nach Tabellenführung. Das war so ein Spieltag. Ja, wilde Analyse. Nehmen wir mal so mit. Einfach, um es gesagt zu haben. Wir dürfen jetzt nach Leipzig. Anderes Kaliber. Dann Freiburg zu Hause. Und Frankfurt aus. Das sind wie gesagt komplett andere Klubs. Das sind ganz, ganz andere Spiele. Und dann für Fürth wird es sehr wichtig. Die geht direkt gegen Bielefeld. Auch Mainz direkt. Und dann kommt Wolfsburg. Und dann kommen wir zum Man of the Match Voting. Wie immer im Community Tab. Ihr wisst Bescheid. Ich nutze wieder alle 5 Votingplätze. Überrascht glaube ich keinen. Erstmal, wir gehen die offiziellen Geschichten durch. Kicker. Elf des Tages. Kempf, Sosa und Endo. Und Sportschau Elf des Tages sogar noch einer mehr. Auch Kempf, Sosa, Endo und auch Philipp Klement. Das heißt, auch die alle 4, ohne es irgendwie aus denen rauskopieren zu wollen. Aber die alle 4 sind mit drin. Und Nummer 5 bekommt für mir Klimovic. Hätte auch gut Al-Ghali sein können. Aber der hat dafür seinen Platz bekommen. Letzte Woche im Pokal. Jetzt bekommt ein Klimovic. Die 5 habt ihr zum Abstimmen. Dann rein da. Und natürlich auch gerne ab in die Kommentare. Was ihr für mehr für Matches habt. Oder was ihr zum Spiel zu sagen habt. Und zum Abschluss wie immer. Die Tweets of the Match. Nummer 1. Gute Besserung. Mo und Ata. 19 Minuten hat sich die Mannschaft den Arsch aufgerissen. Und völlig verdient 5 zu 1 gewonnen. Ich saß da nur hinter der Trainerbank. Aber selbst dort spürst du die Energie. Den Zusammenhalt. Den Spirit. So steigst du nicht ab. Quote me on that. Lass dich so stehen. Nummer 2. Um den VfW muss sich keiner Sorgen machen. Unglaublich was Missend hat. Für einen Fundus an geilen Spiel und Randschaft. Und wie Matarazzo damit jeden Ausfall kompensiert. Die Verletzung von Sanko tut extrem weh. Der wäre garantiert durchgestartet. Der Meinung bin ich auch. Und dazu wie gesagt. Es wirkt jetzt natürlich so. Als würden wir auch nicht mehr auf dem Transfermarkt irgendwie aktiv werden. Obwohl wir gerade nominell nur Al-Gadoui als Stürmer haben. Aber ich sehe das auch so. Das kriegen wir kompensiert. Und das Letzte ist noch. Das zählt ja so mehr oder minder als Tweet. Aber wurde getweetet. Deswegen lasse ich es mal erzählen. Einfach nochmal. Die Sportschau Elf des Tages. Einfach weil wir da 4 VfB da drin sehen. Einfach nur geil. Und dann war es das. Von diesem Nachbericht. Einfach Momentaufnahmen nehmen. Und genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Wochenstart. Und bis zum nächsten Mal.